Die Zeit ist etwas Rares. Die Zeit ist etwas extrem Wertvolles. Und so gewichte ich das als etwas extrem Wertvolles. Wir wachen auf mit Zeit und gehen ins Bett mit Zeit. Wir werden geboren mit Zeit und sterben mit Zeit. Und die Zeit ist limitiert. Ich denke, mit der Zeit muss man können oder lernen, umgehen. Die Zeit ist etwas Rares. Die Zeit ist etwas extrem Wertvolles. Und so gewichte ich das als etwas extrem Wertvolles. Sei es wie gestern die Entwicklung mit unseren Konfisseuren oder mit unseren Chocolatiers. Sei es die Zeit mit meiner Familie oder am Geburtstag von meinem kleinen Junge, der an Milan und Tante kam. Das ist Zeit und Genuss. Oder danach gibt es Stress und Krampf. Da gibt es auch Methoden, wie man sich entkrampfen kann. Da geht man schwimmen oder joggen. Oder jeder schaut seine Sammlung an, wie auch immer. Die Zeit ist etwas extrem Persönliches. Ich versuche, neben hart zu arbeiten, auch zu geniessen. Und das ist mein oberster Genuss, in der Familie zu sein. Kita die project an. Das ist ein das Wartezeit. Wir habenly Kürbisch nicht die ganze Sache. Das ist ein Wartezeit, das ist wichtig. Wir sind die Wartezeit.